Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mal meine Eindrücke aus der Burning Crusade Beta vorstellen, in die ich dann doch noch Zugang bekommen habe aufgrund der Hilfe von wirklich sehr korrekten YouTube Kollegen. Von daher vielen vielen Dank an der Stelle nochmal. Das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich und ich habe mich da wirklich sehr, sehr drüber gefreut. In dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal so ein bisschen das vorstellen oder erklären, was ich eigentlich in den vergangenen Tagen in der Beta so gemacht habe. Ich werde euch die verschiedenen Server mal vorstellen. Es gibt einen PvE-Server, einen PvP-Server und einen Server, wo man so aktuelle Raids wie Karazhan testen kann oder auch das Arena-Feature. Anschließend daran möchte ich noch so ein bisschen sagen, was ich an mir so denke, wann wir mit dem Pre-Patch und mit dem Release von TPC ungefähr rechnen können, weil ich schon denke, dass man in der Beta so ein bisschen Einblicke da reinbekommt, was bei Blizzard momentan so abgeht. An der Stelle sei noch mal erwähnt, wenn ihr euch quasi für aktuellen Beta-Content auf Twitch interessiert. Ich bin immer dreimal die Woche live, Sonntag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 20 Uhr. Und da schauen wir uns quasi momentan sehr viel Arena-Gameplay an, aber wir leveln auch immer entspannt zwischendurch. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut gerne mal auf Twitch vorbei. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier durchs Portal durch. Und hier beginnt die große Reise, kann man sagen, in die Outlands. Und bevor wir uns das quasi jetzt hier gleich anschauen, loggen wir uns noch mal kurz aus. Und ich erkläre euch eigentlich nochmal, wie es eigentlich mit dem Charaktererstellungsprozess in der Beta momentan abläuft. Ja, weil viele fragen sich vielleicht, ey, wenn ich jetzt ein Beta-Key bekommen würde, könnte ich dann überhaupt die Outlands direkt testen, weil ich habe quasi in Classic gar keinen 60er. Und gute Nachrichten, da gibt es eine Möglichkeit, und zwar könnt ihr euch, wie ihr unten sehen könnt, einen 58er Char erstellen. Ich lege da einfach mal drauf. So, wir machen hier mal weiblichen Paladin namens Bettina. So, und tada, haben wir direkt einen 58er Paladin am Start mit entsprechendem Gear. Und ich vermute, dass das Gear, was man hier hat, quasi so ein bisschen ähnlich wie das sein wird, was man dann quasi am Ende auch von einem geboosteten Char vom Equipment her erwarten kann. Ja, da solltet ihr nicht zu viel erwarten, denn letztendlich es soll euch einfach natürlich klar den Einstieg in den Spieler ermöglichen, aber ihr werdet hier nicht gerade mit Epics überhäuft. Ja. Wenn ihr euch direkt einloggt, dann habt ihr quasi hier einfach grünes Gear. Momentan, wie man sehen kann, nicht wirklich Top Gear, aber damit kann man ohne Probleme in den Outlands anfangen zu leveln, Leute. Ja, gar kein Problem. Dann müsst ihr kurz den Typen hier anklicken, habe ich gerade schon gemacht. Der gibt euch dann noch so eine kleine Box hier. Da sind dann noch etliche Waffen drin. Hier ein Handschwert, ein Schild, aber auch verschiedene Zweihandwaffen hier zum Beispiel. Da könnt ihr dann quasi, ja je nachdem mit welchem Speck ihr quasi am Anfang hochleveln wollt, euren Paladin hier spielen. In dem Fall starten wir hier im Stormwind und müssen uns dann quasi noch zum Portal begeben. Wenn ihr in Classic schon 60er habt, dann könnt ihr euch die auch kopieren. Habe ich zum Beispiel mit meinem Shurken, mit meinem Warlock oder auch mit meinem anderen Shurken hier gemacht. Dazu klickt ihr einfach auf Copy Character hier, dann auf eure Region und dann werden euch hier eure Charts ab Level 50 aufwärts quasi angezeigt. Die könnt ihr dann quasi kopieren. Ja, ich bin gerade hier auf dem Classic Beta PvP Server. Also ihr müsst euch vorstellen, am Anfang von der Beta gab es zwei Servers zur Auswahl und zwar einmal den Classic Beta PvP und den Classic Beta PvE. Viele Leute, die einfach entspannt das Game testen wollten, wie Montesa oder Mana zum Beispiel, sind auf den PvE Server gegangen. Da hat man auch eine Medium Population. Da sind ein paar mehr Leute drauf, würde ich sagen. Ich wollte dann ja gleich wieder so ein bisschen mehr Action haben und bin auf den PvE Server gegangen. Dort sind leider aber nur sehr, sehr wenig Leute drauf. Und das hat einen Grund. Und zwar gibt es seit zwei Wochen, glaube ich, diesen Badge of Justice Server hier. Und der wurde offiziell ins Leben gerufen, um das Raid-Testen zu ermöglichen für die Leute. Also hier kann man sich quasi direkt einen full-equipten 70er-Char erstellen. Können wir gerne kurz drauf gehen. Ihr seht hier zum Beispiel, ja, das ist ein Char, den ich mir hier erstellen konnte, mit Mungoos in Char und so weiter. Quasi hier hat man direkt 70er-Char, die man sich quasi hier direkt erstellen kann. Und dort konnte man eben in Karazhan reingehen und Ghoul und Magtheridon vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen, keine Ahnung. Und momentan kann man dort Arena spielen. Und im Grunde genommen hat sich Blizzard dazu entschieden, nicht so wie in Classic, wo es ja nur die normalen Classic-Beta-Server gab am Anfang, quasi diese normalen Beta-Server hier nur zu verwenden, zu testen, sondern man kann relativ ausgiebig momentan den Level-70er-Content schon direkt testen, ohne leveln zu müssen. Und das führt natürlich leider dazu, dass die normalen, sag ich mal, Beta-Server, der PvP und der PvE-Server deutlich leerer sind, weil viele Leute einfach sagen, ey, warum soll ich jetzt irgendwie einen Char hochleveln, wenn ich quasi auf diesem Badge-of-Justice-Server direkt Arena machen kann oder eben auch mir die Rates anschauen kann. Ja, deswegen seid nicht zu enttäuscht, sag ich mal, wenn ihr euch auf so eine normale Beta-Reise gefreut habt irgendwie. Man kann natürlich trotzdem einfach sich hier durchs dunkle Portal geben auf den normalen Beta-Servern und anfangen zu leveln. Das werden sicherlich auch viele machen. Machen auch einige Leute, wie gesagt, hier rennen schon Leute rum, aber es ist absolut kein Vergleich mit der Classic-Beta, wo einfach jeder in der normalen Beta drin war und dieser Instant-Level-70-Server oder quasi damals Level-60-Server gab es quasi einfach nicht. Ja, was habe ich in der Beta bisher gemacht? Ich habe, bevor der Badge-of-Justice-Server quasi wieder online war und bevor man da Arena spielen konnte, habe ich relativ hart reingesuchtet, muss man sagen. Ich habe versucht, relativ schnell zu leveln und ich habe eigentlich hier die komplette Höllenfeuer-Halbinsel schon fertig gequestet, wie man sehen kann. By the way, es gibt auch schon einige Addons in der Beta. Können wir uns gerade mal anschauen vielleicht. Ja, und zwar hier unten Questi habe ich mir direkt drauf geklatscht, weil ich einfach in der Beta schnell leveln wollte und natürlich auch später einen Key bekommen habe, ein bisschen aufholen wollte. Dementsprechend habe ich mir Questi direkt drauf gemacht. Es gibt White Questlog, auch sehr wichtiges Addon, finde ich. Trinket Menu, Lea trägt es natürlich wieder und und und. Und ein sehr interessantes Addon ist zum Beispiel Attune. Ja, das bezieht sich auf die die verschiedenen Attunements beziehungsweise Pre-Quests, die man braucht, um in Karazhan, Black Temple und so weiter reinzukommen. Mit dem Addon wird es euch möglich sein, die Questreihen besser zu tracken. Das ist wie so eine Art Diagramm. Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, weil es ein bisschen buggt irgendwie. Aber es ist wie so eine Anzeige, an welchem Standpunkt ihr quasi gerade in der Karapré seid zum Beispiel. Und ihr könnt genau gucken, ey, wo ihr noch hingehen müsst. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges Addon werden. Ja, nachdem ich dann hier fertig war mit der Höhenfeuerhalbinsel, habe ich mich relativ schnell in die Zangermarschen begeben, habe hier auch schon alles fertig gequestet, eigentlich mehr oder weniger. Und befinde mich eigentlich von meinem Progress her mäßig momentan in Terrorcar, muss man sagen. Ja, sieht man hier auch in Questi quasi gerade alles offen. Und ja, ich muss sagen, die Beta bisher hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich als Schurke. Es kommen unglaublich geile Schurkenfähigkeiten ins Spiel rein. Shadow Step hat man schon von Anfang an. Später kommt noch Cloak of Shallows, es kommt Schiff rein und und und. Also man merkt auf jeden Fall auch so, wie soll ich sagen, das PvP-Machtgefälle verschiebt sich ein wenig. Und der Schurke hat deutlich bessere Chancen gegen Magier zum Beispiel im PvP. Habe ich schon gemerkt, wo ich gegen einige Leute quasi PvP gemacht habe. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Badge of Justice Server, würde ich sagen. Am Ende rein von dem Video. Wir machen auch nicht mehr zu lange hier. Ich möchte euch ja wirklich nur einen kurzen Überblick geben. Und zwar gehen wir mal auf den Schurken rein, den ich momentan hauptsächlich spiele. Und zwar ist es so, dass der Badge of Justice Server seit vier, fünf Tagen online ist wieder mit Level 70er Arena. Also die Arena ist quasi freigeschaltet und wir werden das hier direkt mal machen. Also ihr müsst euch vorstellen, man startet quasi hier direkt mit seinem Char in, ich glaube man steht in Schadra direkt am Anfang. Ja, doch ich glaube man startet hier oben irgendwo. Hier startet man. Und dann kann man quasi direkt hier unten hinfliegen. Dann gibt es hier zwei so eine Vendor, die einem wirklich alle möglichen Dinge verkaufen, die man irgendwie nur benötigen könnte. Natürlich auch noch viele Consumables fürs Rate-Testing, was eben auch auf dem gleichen Server stattfindet, die man hier alle kaufen kann. Aber eben auch alle möglichen Verzauberungen, zum Beispiel hier. Könnt ihr hier sehen, alle möglichen, ach Mensch, alle möglichen Verzauberungen. Irgendverzauberungen, Schildverzauberungen, Waffenverzauberungen. Dann hier Schulterverzauberungen, Juwelen, also Meta-Gems. Gems generell hier, ja, das kann man sich quasi alles hier kaufen. Und dann kann man, das werde ich jetzt nicht machen, weil es leider gerade noch ein bisschen verpackt ist, hier drauf klicken. I want to test PvP. Und dann wird man in die Halle der Champions im Stormwind geportet, wo man sich dann quasi PvP-G kaufen kann und auch für die Arena anmelden kann. Für die Arena kann man sich, und für die BGs auch, übrigens Auge des Sturms auch offen und alle anderen BGs auch, ja. Für die Arena kann man sich allerdings auch direkt hier in Schadrat anmelden, wo das auch sehr, sehr viele Leute machen und das werden wir gerade nochmal machen. Ihr geht einfach hier zum Arena-Anmelder und könnt hier nur für Skirmish anmelden. Ihr könnt in einer Gruppe anmelden, allerdings könnt ihr meines Wissens nach keine Teams gründen momentan und quasi einfach nur Skirmish anmelden und auch hier der Arena-Vendor hat momentan noch keine Items, das heißt, man kann keine Arena-Punkte sammeln oder irgendwie Arena-Waffen oder so kaufen. Das geht noch nicht in der Beta. So, dann machen wir gerade nochmal Güfte drauf und man bekommt eigentlich immer den Instant-Invite. Warte hier wirklich sehr, sehr viele Leute spielen. Oh, ein kleiner Funfact, hier ist gerade Möhr am Start. Das wird, glaube ich, den kennt ihr vielleicht, der ein oder andere von euch, verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Sehr, sehr guter Schurke, sehr safe auch in, der hat schon sehr viele PvP-Videos gemacht, der in TBC, glaube ich, auch unglaublich viral gehen wird in, was habe ich gerade verkackt mit meinen Waffen, Moment, mit seinem Stream, also ein unglaublich guter Schurke, ja, checkt den sehr, sehr gerne mal ab auf YouTube, Link in der Videobeschreibung. So, und hier haben wir jetzt den Invite und wir gehen mal rein. Ich will auch schnell meine Gifte drauf machen, also warte mal, hier haben wir Cripple drauf, hier möchte ich gerne Wound drauf haben. Mal direkt ein bisschen Tryharden hier. Und hier machen wir meinen Namen drauf. Ah, schon mit dem Hydroiden drin in der Arena. Und, äh, ja, während wir hier das Arena-Game noch ein bisschen zu Ende spielen, ja, beenden wir so langsam das Video. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen mein Fazit sagen, was ich denke, wie es quasi mit TBC weitergehen wird. Ähm, ja, sehr interessante Herangehensweise, dass man hier einfach den Level-70er-Content tagelang aktuell, ja, weiter spielen kann. Ne, wie gesagt, man kann hier Arena spielen momentan. Ähm, ist die Frage, ob es so bleiben wird, ob dieser Server hier wirklich bis zum Ende der Beta jetzt live bleiben wird. Wäre schon irgendwie weird, aber irgendwie auch cool, weil ich will eh nur Arena spielen. Für mich wäre es cool, aber irgendwie auch komisch. Ähm, es ist schwierig, es ist schwierig. Viele Leute sagen, TBC ist momentan auf einem Entwicklungsstand, wo sie sich den Release noch nicht zeitnah vorstellen können. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, äh, wenn ich mir das alles so anschaue, was sie hier so machen, dann glaube ich mittlerweile auch nicht mehr an einen Release vor, ähm, vor Juli tatsächlich mittlerweile schon. Ah, da haben wir den Schocken auch schon. Würde ich sagen, machen wir mal direkt Go auf den. Ah, sehr schön. So, machen wir hier. Oh, das ist ein Shadow anscheinend. Ja, ich versuche das gerade natürlich, während ich hier, äh, das Video mache, auch noch das Arena Match zu gewinnen. Das wäre natürlich der absolute Dream, Leute. Ja, da will ich euch gar nicht anlügen. So. Liegt relativ gut aus. Jetzt haben wir den Schocken mal am Arsch hier. Ja, also auch noch ein bisschen Arena Gameplay. Wie tue ich ja drin? So, jetzt haben wir ihn aber. Sehr schön. So muss das sein, würde ich sagen. Na, er hat noch Wurzeln drauf. Aber ich würde sagen, wir, wir, wir gehen hier auf Nummer sicher. Ja, für mich, muss ich sagen, ähm, ein sehr, sehr schönes Feature, dass wir hier die Arena dauerhaft spielen können. Das werde ich auch in den nächsten Wochen weiter auf Twitch machen. Ich, ähm, boah, der drückt aber ganz schön auch, der Junge. Äh, ich kann mir, wie gesagt, ein, äh, Release, ähm, vor Juli, äh, nicht vorstellen. Ich vermute mittlerweile Mitte bis Ende Juli eher. Vielleicht sogar August tatsächlich. Ähm, ja, einfach wenn man so sieht, wie Blizzard das so irgendwie macht, ne. Es gibt noch keine Ankündigung zum Pre-Patch irgendwie. Jetzt gibt es schon so, na klar, äh, die, äh, Charaktertransfers in Classic werden geschlossen, um so diese Übergangsphase einzuleiten. Aber ganz ehrlich, Leute, der Pre-Patch, ne, der sollte ja auch mindestens einen Monat gehen, würde ich sagen, wenn die Leute entspannt hochleveln wollen. Und das heißt, wenn wir jetzt in einem Monat, wir haben jetzt nächste Woche, haben wir Mai, es gibt noch kein Datum für den Pre-Patch. Äh, ja, wenn der, wenn der Mitte Mai kommen sollte, dann würde ich auf jeden Fall bis Mitte Juni den laufen lassen, so eine Art, vielleicht sogar bis, bis, bis Ende Juni irgendwie. Äh, dementsprechend kann ich mir einen Release, ähm, vor, äh, Juli nicht mehr so wirklich vorstellen, ja. Ähm, ob ich es gut oder schlecht finde, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke, das Spiel sollte einfach dann kommen, wenn es fertig ist, so. Ich denke, die Leute sind unglaublich gehypt auch und ich bin auch sehr gespannt, wie das alles noch werden wird mit, ähm, mit den Servern, ja. Wie viele Leute wirklich kommen werden, wie viele TBC-Only-Spieler da draußen warten und auf die Server rushen werden. Ich hab keine Ahnung, ob wir wieder Todeswarteschlangen haben werden oder nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin einfach weiter richtig, richtig gehypt auf TBC, Leute. Und, äh, schreibt mir gerne, äh, eure aktuelle Stimmung in Bezug auf TBC in die Kommentare rein. Seid ihr genervt vom Beta-Content? Guckt euch den erst gar nicht an, weil ihr keinen Bock habt, äh, gespoilert zu werden. Oder, ähm, genießt ihr es, auch so die ganzen alten, äh, ähm, TBC-Veteranen in der Arena wieder zu sehen. Heidor spielt wieder Arena zum Beispiel auch in TBC. Wenn Rookie und so weiter. Alle Kollegen, Peo, sind wieder in der Arena am Start. Und, ja, ich freu mich sehr drauf, Leute. Das war so ein kleiner Einblick hier in die Beta. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Overview geben. Und in dem Sinne würde ich sagen, äh, wir sehen uns auf Twitch oder im nächsten Video. Macht's gut, euer Defiler. Ciao, ciao. Ciao, ciao.